Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Himmelsbotschaft am 4. Oktober 2017 Was vermittelt uns der Himmel für die heutigen Tage? Heute ist eine Heilenergie. Wir können etwas bereinigen. Heute brauchen wir Sicherheit, Stabilität und Struktur. Wir brauchen dieses Gefühl, einen festen Boden zu haben unter unseren Füßen. Ein Stimmungswechsel in Arbeit ist gut möglich oder Nervosität. Dieser Wechsel kann auch bedeuten, dass jemand Gedanken macht oder steht gerade vor einer beruflichen Veränderung. Es kommt ein Wechsel. Eine Information hat eine Bedeutung, aber wir sollen diese Information noch überprüfen. Entspricht es die Wahrheit oder ist es eine Täuschung oder ist es sogar eine Lüge? Wir haben gerade Glück im Bereich Immobilien, Hausverkaufen oder Kaufen oder Mieten oder Vermieten oder ein Umzug. Aber wir sollen die Verträge noch genau überprüfen. Da sind noch Unklarheiten. Möchten Sie gerne wissen, Ihren persönlichen Himmelsbotschaft, dann funktioniert das als Blitzberatung. Was bedeutet eine Blitzberatung? Sie schreiben mir ein E-Mail. Entweder weil Sie vor einer Entscheidung stehen oder haben Sie eine Frage, was den Alltag betrifft. Wie zum Beispiel kommt er zurück, soll ich umziehen, bekomme ich diese Arbeit, bekomme ich Nachricht in die kommenden Tagen, kommt Geld auf mein Konto und und und. Diese Fragen sind keine schicksalhaften Veränderungen, sondern das betrifft unseren Alltag, aber es sind auch wichtige Fragen und ich kann diese Fragen auch schnell beantworten. Also Sie schreiben mir ein E-Mail. Natürlich gilt das auch für die Himmelsbotschaft. Dann bitte dazu schreiben, meine persönliche Himmelsbotschaft und Sie werden das maßgeschnitten bekommen. Und ich werde diese E-Mail blitzschnell beantworten. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com. Das Ganze kostet pro Botschaft oder pro Frage 10 Euro. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.